Ich heisse Sara Foken, bin ursprünglich, ja, was, bis zum Wallis, das haben wir gehört. Wir haben die Walliser-Technik, Mama ist Schweizerin, Papa ist Filipino. Und ich bin im Wallis aufgewachsen. Das anders sein, es war nicht einfach im Wallis. Und jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren wohne ich jetzt in Bären. Und vor allem hier in Bären habe ich selten erlebt, dass mich jemand wirklich auf mein Ausgesehen angesprochen hat. Also irgendwie auf das Asiatische sein. Es ist schön, ich werde nicht reduziert auf mein Ausgesehen. In Bären fühle ich mich frei. Ich habe nicht das Gefühl, ich wäre da komisch angeschaut. Hier ist es einfach normal, egal wie du uns siehst.